Moin und Weidmannsheil zu einer neuen Folge Jagdkultur auf der Spur mit POM. Salü und auch Weidmannsheil. Heute geht es um Redewendungen, die wir im alltäglichen Gebrauch haben, die aber eigentlich aus dem Jagdlichen stammen. Welche gibt es denn da? Eine Vielzahl, liebe Leonie. Aber wir haben eine kleine Auswahl, die wir jetzt einfach einmal vorstellen wollen. Und da fangen wir gleich mit etwas Wichtigen an, nämlich auf den Buschklopfen. Ja, auf den Buschklopfen, das kennen wir. Was bedeutet das? Man möchte in dem Falle gucken, was dahinter steckt. Aber es kommt natürlich tatsächlich aus der Jägersprache. Denn wir kennen das alle bei einer ordentlichen Treibjacht. Was muss man dort machen? Man muss mit dem entsprechenden Treiberstock auf den Busch klopfen, gegen die Stämme hauen. Aber eben übernommen voll in das echte Leben, ohne dass wir das tatsächlich machen. Denn ich stelle mir vor, in der Redaktion wäre das nicht gut, wenn du mit einem Stock durch die Gegend gehen würdest. Gut, vielleicht manchmal doch. Nein. Aber als nächstes haben wir dann zum Beispiel, was man auch in der Redaktion theoretisch machen könnte, man kann jemandem einen Bären aufbinden. Und den aufgebundenen Bären, der resultiert aus einer Anekdote, wo eine Gruppe von Jägern die Zeche prellen wollte, also die scheinen Alkohol getrunken zu haben und dabei dem Wirt einen echten Bären überlassen haben und der dann erst relativ spät gemerkt hat, was er dort für einen schlechten Tausch gemacht hat. Also den Bären aufbinden für den schlechten Tausch. Etwas einfacher wird es, wenn wir von einem Haken schlagen sprechen. Das heißt also, vielleicht auch wieder für den Redaktionsalltag, wenn jemand bei euch in irgendeiner Form flüchten muss und dabei sich entsprechend bewegt wie ein Hase. Genau. Es stammt natürlich vom Hasen, der ja auch in der Fluchtart dann seine Haken schlägt. Auch das gängiges Mittel und Begrifflichkeit, die wir im täglichen Leben durchaus benutzen. Ein Hund zur Jagd tragen ist jetzt nicht ganz so oft da. Steht ja dafür, dass jemand doch etwas langsamer ist und dass er doch nicht das so machen will, was er tun soll. Und wir erwarten natürlich von unseren Jagdhunden vollen Einsatz und vor allen Dingen auch volle Bereitschaft. Insofern, dass da nicht ganz so oft vorkommen, aber jemanden aufs Korn nehmen. Das kennen wir natürlich. Was heißt das konkret? Natürlich gezielt sich jemanden heraussuchen, gezielt in irgendeiner Form. Jemanden herausgepickt zu haben und Korn nicht mit dem Getränk zu verwechseln, sondern hier ganz klar natürlich aus dem Schießwesen Kimme und Korn. Nämlich mit dem Korn genau zielgerichtet, damit das Ziel erfassen. Als weiteres haben wir dann heute noch durch die Lappen gehen. Ein Klassiker. Wobei dort tatsächlich der Nichtjäger damit gar nicht viel anfangen kann. Und dies stammt auch aus Zeiten, was wir heute gar nicht mehr haben, wo es noch Lappjagden gab. Das heißt also, es wurden entsprechende Gestelle aufgebaut, bei denen Seile mit entsprechenden größeren, meistens 50 mal 50 Zentimeter Tüchern, oftmals auch bedruckt, eine gewisse Richtung für die Flucht des Wildes aufgegeben haben. Und wenn dann doch der ein oder andere Hirsch sich überlegt hat, dass das nicht der richtige Weg sein sollte, den er nimmt, dann ist er genau durch diese Lappen gezogen und ging damit durch die Lappen. Und was ich dort an diesem Punkt einfach erwähnen möchte, wer sich das tatsächlich in echt und zum Anfassen mal angucken möchte, Jagdschloss Kranichstein hat noch den größten erhaltenen Bestand mit tatsächlichen Jagdlappen, dass man das da einfach mal anfassen kann. Ja, auf den Leim gehen. Auf den Leim gehen bedeutet natürlich auf etwas hereinfallen. Und in der Jagd fielen in dem Falle Singvögel oder andere Vögelartige darauf hinein, dass man nämlich Leimruten hatte, also Ruten, die mit Leim beschmiert waren. Die Vögel landeten darauf, klebten daran fest und wurden dann eingesammelt, um verspeist zu werden. Heute natürlich auch unter der Gesetzgebung undenkbar. Aber im sprachlichen Graberauch auf jeden Fall immer noch da. Dann der Platzhirsch. Der Platzhirsch bedeutet natürlich jemand, der sich in besonderer Form behauptet, der in der Mitte steht, der zeigt, was er kann und tut. Und da braucht man bei der Jagd und selbst für Nichtjäger gar nicht lange überlegen. Natürlich der röhrende Platzhirsch zeigt, was er kann und präsentiert sich genauso wie derjenige, den wir damit auch bezeichnen, wenn wir jemanden im echten Leben treffen. Ja, dann etwas Diffizileres auf den Strich gehen. Eine Begrifflichkeit, die nicht ganz geklärt ist, aber eigentlich ja der Prostitution zugeordnet ist. Und in dem Falle ist dieser Begriff durch unsere liebe Schnäpfe entstanden, die ja die männlichen Stücke eine sehr gerade horizontale Fluglinie haben und den sogenannten Schnäpfenstrich damit entsprechend vollziehen. Und das soll der Grund sein, weshalb wir auf den Strich gehen, dort in die deutsche Sprache mit übernommen haben. Ja, dann von etwas Wind bekommen erklärt sich natürlich auch schon fast selber. Denn wenn jemand in irgendeiner Form eine Vorahnung hat, erkennt er etwas. Und das sollte natürlich auf dem Hochsitzansitz in den meisten Fällen bei uns nicht passieren, weil wir wissen ja, wie wir uns auf dem Hochsitz so verhalten haben und immer den Wind am besten im Gesicht haben sollten. Aber hier also auch die Berücksichtigung des Jägers in die Sprache mit übernommen. Ja, sich vor etwas drücken ist ein Klassiker schon für die Schulzeit. Und woher kennen wir es aus der Jagd? Wir kennen das dort eben auch wieder von dem lieben Hasen, der sich eben auch besonders flach macht, um nicht auffällig zu sein, sich in seine Sasse drückt. Und damit dann dort Pate stand für diese Begrifflichkeit. Den vorletzten, den wir da noch haben, ist Fuchsteufels Wildwerden. Und da ist tatsächlich auch der Fuchs das entsprechende Vorbild gewesen. Denn wenn der Fuchs damals in eine Falle geriet, heute auch noch, aber wir haben sie heute eben nicht mehr in der Form, wie sie damals vorhanden waren, nämlich die Fangeisen, dann hatte er eben bedingt durch die Schmerzen hohes Aggressionspotenzial und war im schlimmsten Falle sogar bereit, sich Gliedmaßen abzubeißen, um eben aus der Falle zu entkommen. Und klar, wer heute Fuchsteufels wird, ist in besonderer Form zornig. Ja, zum Abschluss haben wir dann aber noch mitten ins Schwarze zu treffen, was jedem Schützen und den Jägern natürlich besonders liegt. Denn das bedeutet ja, dass man sein Ziel in besonderer Form erreicht hat. Und die Schützenscheibe ist ja in der Mitte entsprechend schwarz. Und wer genau dort reintrefft, hat eben sein Ziel erreicht. Damit ihr wisst, wie der Hase läuft, schaut die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal.